So, und damit willkommen zurück zu Veldrus Gate 3. Jo. Die Karte hat noch nicht geladen. Und da ist sie. Nach Norden wollen wir jetzt. Die haben Karte vorbei, vermute ich mal. Und dann hier ins Land. Exakt. Da gehts damit. Und, ähm. Karte öffnen, Karte schließt. Rechts über links. Und zwei für links. Oha. Verdammt, gespeichert klingt nicht gut. Ähm. Zevlor's orders. The pack of Goblins will be on us any second. What's going on? Links war vielleicht doch keine so gute Idee. Zevlor, now. You let Goblins here? Where is the Druid? Please, there's no time. Oh je. Keine Gates. Das... ... schreit nach dem Kampf. Keine! Gebt sie! Da kommen die so nicht durch. Gehte auf, dass sie sich nicht. Okay, er ist auf unserer Seite? Ach du Scheiß, das ist ein großer Mainzug als Pastarion. Dann laufen wir erstmal oder können wir hier hoch? Ich weiß nicht, ob wir da hoch wollen. Da steht ein Goblin. Erstmal laufen. Können wir hier vielleicht schon feilen in die Richtung schießen? Den ersten Goblin Sturoneser. Da ist schon der erste Tod. Sehr schön. Ah ja, er ist auf unserer Seite. Okay, da wurde kassiert. Jetzt sind wir dran. Schick dir erstmal einen Pfeil nach oben. Fehlschlag, verdammt. Ähm. Dann wege ich mich mal ein bisschen nach hier drüben. Und... 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 ... So... ... ein bisschen nach oben. Dann können wir hier einen Fernkampf machen? Und einen Blitz auf den schicken. So, da haben wir ihn erledigt. Läuft bisher gar nicht so schlecht. Doch, das Monster hier ist auch schon... leicht geschwächt. Ich würde mal hier ein bisschen spurten, wie das geht. Hier mit auf die Seite kommen. Okay, das schwächste ist... Ah, die Kottenschrat. Das darf ich gerne. Astarion. Verwärts mal vor... Achso, den haben wir schon besiegt. Wir können von hier aus irgendwas... Per Fernkampf... Zum Beispiel auf den hier. Darf nicht im Nachdenken, die müssen die sein. Ich würde mal sagen... Ich würde mal sagen... Trauen wir uns mal hin und sprinten hin. Wir gehen uns aufs Schlachtfeld. Ich weiß nicht, ob das clever ist, aber... Okay, wurde gehellt. Okay, ich würde mich auch mal aufs Schlachtfeld begeben. Ich möchte noch eine Bewegungsrate... Okay... Einmal sprinten... Ich kann einmal sprinten... Und warte, die Inspiration... Ich hätte mich vielleicht dann doch noch ein bisschen zurückgegeben... Ich hätte mich vielleicht dann doch noch ein bisschen zurückgegeben... Dass ich nicht direkt in der Frontlinie stehe. Okay, der ist besiegt... Der Größe... Okay... Wir sollten mit ihm auch mal rein sprinten... Wir schenken da zwar die Runden... Aber... Wir brauchen den Magier nach... Vordersten... Am besten vielleicht schon hier hin... Wir brauchen den Magier nach 6... Denke ich zumindest... Denke ich mal zumindest... Wenn wir sowas wie... Donnerwogeln sitzen würden... Dann brauchen wir den weit vorne... Dann brauchen wir den weit vorne... Schaffen wir vielleicht auch schon ohne hier... So, Schattenherz... Aus der Deckung... Aus der Deckung... heraus... Dann können wir vielleicht mal noch ein... Feuerpfeil... Auf den hier... So, sehr schön... Da geht er da um... Bisher... Läuft es echt sehr gut... Muss ich sagen... Können wir hier angreifen... Auf ihn... Mit Gebrüll... Aaaaah... So zu bänden... So, Lien... Wen haben wir denn überhaupt noch hier... Das Gericht nur noch... Zephlo... Zephlo... Aus seiner von den guten... Snow... Zerkrunk... Durchbrunner Schuss... Na komm... Das war sehr gut... Das war sehr gut... So... 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 Inhier... Überauf... Kritscher Wehschlag... Na... Fantastisch... Na komm... Er, hier... Sehr schön Es war keiner mehr da zum Gate Open Sie müssen erst mal looten, das ist das Wichtigste Sie kommen dann die Plündern Und wir wollen hier kaum verletzen, das war echt wirklich sehr gut Gommelnbogen, 3 bis 8 Schaden Die kommen bestimmt zu verkaufen Ich glaube drinnen gibt es noch einen, bei tieflingen gibt es einen Verkäufer So, hier hoch Die können wir plündern Hier kommt der Bogen, naja, den will ich jetzt nicht unbedingt nehmen Und die Trompete, also die mystische Zutaten Okay So, hier wird es rumgerüstet Ahem Noch ein bisschen Schaden bekommen vom Sprung Wir sollten nicht aus solchen Mühen springen Oha Hofstern Morgenstern Naja So besonders auch wieder nicht Krumm, Säbel, Schöpfkelle Gehen wir mal mit alles Ein bisschen Fleisch Oh Der hätte Handschuhe der Macht Das ist vielleicht mal was cooles Handschuhe der Macht Verderben der absoluten beiden Nahkampftreffer bewirkst du möglicherweise Ein Mabus von 1 D4 Auf die Angriffs- und Rettungswürfe des Ziels Das ist clever Das sollte er herkriegen, weil wir werden Kämpfer am liebsten mit ihm auf Nahkampf Setz ihn mal als Nahkampf Ein Stachelschild Das könnte der Das können sie hier brauchen Plus 2 Rüstungsklasse Plus 2 Rüstungsklasse Ja gut Ich meine das Das ist nur eine rein optische Sache Und Sähesst das Shield Die Dohnen das ist ja wirklich kein Ja Warum nicht Gublin Krumm Säbel 3 bis 8 Schaden 3 bis 8 Schaden können wir verkaufen. Brauchen wir nicht. Mochster 0-7 Schaden. Schwerter 2-9 Schaden. Woof schwer. 0-7. IQR hier könnte einen Fernkampf dafür haben. Oder auch nicht. Dann halt nicht. Astarion. Das ist schon Bogen. Ah, nein, nein. 3-8, 3-10. 4-9, ja. 2-7, oh, das ist da. Du kriegst einen Kurzbogen. 2-7. 3-8. Du kriegst auch den Bogen hier. Du musst keinen Koppeln holen. Haben wir hier den besseren. Eier Wort. Ne, alles eher zum Verkauf geeignet. Das Kurzschwert würde ich gerne auch irgendjemandem geben. 2-9 und ein Langschwert. Das Kurzschwert hat 3-8. Hm. Wir halten wir auch nicht erstmal. Ohne Schaufel. Wir sollten mal ausrüsten. Letztes Mal brauchen dann dran. Flöte. Ja. Wir haben noch eine Fackel. Flöte. Ich finde, wir haben einen Hund. Wir haben einen Grauen gebrauchen. Wo war denn jetzt hier? Natürlich. Schuppenpanzer. Ritualstab. 0-7 Schaden. Kampfstab. Der sieht schon geil aus. Geben wir ihm. Dieses Werkzeug. Ja. Eines davon brauche ich selbst. Ok, 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 ok. Was würde ich jetzt eigentlich machen? Schöpfkeller. Bogen. Der 3-8 Bogen. Der aber bei ihr irgendwie schlechter wird. 2-7. Mysteriös. 2-8 Bogen. Der 3-8 Bogen. 2-8 Bogen. Was würde ich ihm noch einmal geben? Für Distanz. Ich meine, es ist Verschwendung, wenn er mit dem Bogen schießt. Für Distanz. obwohl gehen wir erst mal den schaden kampfstab so ist die ausrüsten Es passt absolut gar nicht. Schlicht und gut, kann er den Schuppenpanzer denn gebrochen? 10 und hier 14, oh je, versteht ihn mir gar nicht, ach du Scheiße, zieh mal wieder an, du hast den Schuppenpanzer gebrochen, das sieht immer so schlecht aus. 11 und hier haben wir eine 14, brauchst du, sieht auch gut aus bei dir. Ungeübt, oh je, nein, weg damit, jede Rüstung, weg, wenn man auch die Kriegerin damit geübt ist. Ich habe wieder vergessen, was ich wollte. Gut, rein hier. Smart Time. Erstmal hier hoch, klettern. Und hier sind die Tiefenbluten. Nein, können wir nicht. Mit der Überlebung können wir nicht. Jetzt müsst ihr rechnen, vergießt kommen im Blut. Tut mir leid, das ging so schnell. Das tut fern und würdet nicht eure Zeit. Tut mir leid. Oh, sein Gewand. Wacht ein bisschen. Ahem. Nein, das tut man natürlich nicht. Ich werde es mal versuchen. Ich bin glücklich, dass du es innen gemacht hast. Das wird hier für lange sein. Aber es wird noch mehr kommen. Goblins schreiten Packs. Mhm. Ihr könnt von dieser Position den Hodel-Komblenz abwehren. Warum versucht ihr euch glücklich durch die Straße? Ihr habt eine Hand von Hodel-Komblenz Angst. Wie erwärmlich. Ähm. Das Erste. Vielleicht. Vielleicht. Aber wir sind nicht Führer. Wenn sie durchlaufen, wäre es ein Massaker. Je schneller wir gehen für Boulders Gate, desto besser. Wenn die Straße klar war, vielleicht eine 10 Tage walken. Aber während die Goblins sind da, könnte es auch der anderen Seite der Welt sein. Ah ja. Jetzt was? Wir fangen ein Hohle und werden ihn mit ihm fertig gemacht? Wir... Wir haben ihn mit ihm verzaubert. Wir haben ihn mit ihm gesammelt. Ja. Das wird gut sein. Habe ein Respekt. Das ist wirklich nicht die Zeit, um zu sprechen. Okay. Das waren coole Gruppen-Shorts, die wir da gemacht haben. Okay, geht's nicht umeinander. Und das ist ja... Ja. Das ist halt mal wieder runter. Mal unten. Hier. Das ist ja ein bisschen umgucken. Der Stab passt absolut nicht zu. Und Barde überzeugen unglaublich ist, wie wir die Goblins geschlagen haben. Ihr seid beide Helden. Ok, das nehmen wir definitiv, aber ich lese mal die anderen durch. Ihr dürft jederzeit meine Bezahlung rausrücken und Ruinen. Diese Goblins machen keine Gefangenen. Am Kampf vorbei und ihr zeltet, ihr zettelt den nächsten an. Spannt euch, wo ein Goblin ist, sind auch 10. Ich verschwinde, bevor die Horde anrückt. Das hier. Ein Bonusnehmer. 15 müssen wir erreichen. Ach, ich habe auch ohne Bonus. Easy. Und Odell, bist du wieder? Zeig euch Respekt! Wenn nicht für sie, wäre dein pathetisches Leben vorbei. Nun, ich habe keine Hilfe gefragt. Bitte, du hast mich gebeten, um die Garten zu öffnen. Alles, um dich zu retten, bist du verdammt! Beruhig dich, Leute. Ja, überzeugen Gewalt bin ich tot nicht zurück. Hört auf und ich denke nach. Alle 15. Ja, sehr schön. Spätthälse mal beruhigen. Spätthälse mal beruhigen. Jetzt fällt es den los. Ich werde mal rein hier. Regen. Da können wir alle angreifen. Ich hoffe, wir müssen zu retten gehen. Das war ein cooler Kampf. Ich habe keinen Streit mit Druiden. Warum wollen sie euch verjagen? Es gab noch mehr solche Angriffe. Ich werde mir nicht lange. Ich muss nur einen Heiler finden. Das war ein kleiner Kampf. Der Groot hat dich. Das Druide Halcinn ist ein sehr genanntes Healer. Aber er hat sie nicht zurückgekehrt aus der Erden. Wenn es nicht zu ernst ist, dann könnt ihr ihr Apprentiz, Nettie. Sie ist mit den anderen Druiden. In diesem Ritual können wir die Druiden nicht überreden, dass es zu unterlassen, eine gute Idee. Wir haben versucht, Korga, der erste Druide, nicht mehr sehen wird. Du, aber... Ich weiß, dass es nicht dein Geschäft ist, dass sie dich schützen können. Vielleicht könntest du sie für mehr Zeit vorbereiten, wenn nichts anderes. Maser nur was du tun können. Du findest die Druiden am Herzen des Groves. Bitte, macht sie Sinn sehen, bevor mehr Leben verloren werden. Was gibt es hier? Die Bücher. Ja, da geht es hier hoch. Verstehe. Dann wollen wir mal hier rein. Wir können hier plündern. Karotten. Oha, Kleidung. Straßen... Saubgraue Kleidung. Straßenstaubgraue. Damit gerade unsere Kleidung gefärbt. Gemütliche Kleidung. Nachdem wir hier. Macht es irgendeinen Unterschied? Freizeitsandalen. Jetzt haben wir geschmackvolle Stiefel. In meinem Lager können wir darunter eine Freizeitsandalen tragen. Die haben sieben, die haben fünf. Die haben sieben, die haben fünf. Warum nicht? Okay, die straßengraue Kleidung passt eher zu ihm hier. Obwohl seine exzentrische Kleidung ist. Das ist schon... Ja. Kleidung von Schattenherz. Schattenherz vielleicht eine... eine graue Klamotte. Eher nicht. und ich... den Gams... ... wird nochmal versuchen für... Schattenherz. Der würde ihr eher passen, aber... Ja. Was soll's. Ich wundere, ob die Gäste mich anschauen. Die sinken. Ich werde sie nicht hinterlassen! Du gehst, um uns zu töten! Ich habe ihn mitgebracht. Ich habe ihn mitgebracht. Ich habe ihn mitgebracht. Als sie weiterentwickeln. Ignoranz ist Agony, mein Freund. Ich werde dich in meine Wurzeln. Ich hätte besser angefangen. Für deine Sache. Ich werde dich helfen. Kaufe dir auch Sachen an. Aha. Teller verkauft dafür 0,1 oder was? Achso, das ist Gold. 23. Zwei Gültenschädel. 19. Er sieht nicht gut aus. Oh, hier Kleidung. Wir haben ein bisschen was. Kitten im Rüstungsklas 14. Ich bin noch nicht gebrauchen. Felgerüstung. Selbstrüstungsplatz. Wäre vielleicht noch was gehen. Würde vielleicht noch gehen. Sie vielleicht auch noch gut aus an uns. Regentänzer. Ein Fahrer. Stab und Tupfen. Oh, das ist nicht schlecht. Wir brauchen. Gehen können die Magie dieser Gegenstadt absorbieren. Den zu Stück. Oh, was? Nein, den sie aber an sich nehmen und als Waffe benutzen. Ähm. 85. Merkst. Kannst Geschosse vom Fernkampferluft abfangen. Wow. Okay. Das brauche ich. Das ist verdammt wertvoll. gambiert. Weitere Dunkelheits. Wir bauen für ihn den Stab für Gal. Er soll ihn nicht zerstören, aber er soll ihn als Waffe benutzen. Irgendwer von Wasser erschaffen. Ok. Die brauche ich. Kann man Sachen vielleicht eintauschen. Schadenswürfel. Ich kaufe zu viel hier schon, wenn wir die Sachen eintauschen. Jeder Rüstung, die wir eh nicht brauchen. Die ganzen Gomblern und Säbel können wir hier mal verkaufen. Wir verkaufen sie wahrscheinlich unterwärts. Und welche werde ich auch mal los, wir werden neue finden. Der Kampfstab. Der wird schon gekämpft. Glaskilch. Der Blutstein habe ich das Gefühl, dass sie nicht noch brauchen. Die Tintenflasbeite auch nochmal. Die Schädel, nicht wirklich wertvoll, aber... Das klappt. Okay. Ähm. Eindrissender dafür. Okay, gut, können wir hier. Warum haben wir das nicht so... Das ist nicht die Währung, die wir brauchen. Schriftvoll wiederbeleben. Oha. Knochenbreite auch nochmal. Geschmackvolle Stiefel. Elfen-Schul-Motor-Zone. Die Kleidung brauchen wir scheinbar nicht. Was haben wir denn da drin? Und gegen Gifte haben wir bisher noch nicht gebraucht, aber das ist zu verkaufen. Ich weiß nicht. Die Bücher würde ich erstmal noch behalten. Okay, viele Gifte haben wir gebrauchen. Eine Mystische Tafel. Klieberige Substanz. Ich hoffe, wir werden es nicht beruhigen, vor sowas hier loszuwerden. Ich versuche halt hier das für umsonst zu bekommen. Nein, umsonst nicht, aber gegen das einzutauschen. Ein bisschen Wasser können wir gebrauchen. Und wir haben wenig Nahrung mit. Schneidebrett kommen wir noch. Also ich kann noch weiter runter gehen. Gute, große Güte. Ähm, sofern wir gar nicht. Hm. Einfaches Gift. Flaschen nochmal dazu. 27. 31. 35. Was für Drei bräuchten wir jetzt. 37. Eine Flasche für eins. So können wir tauschen. Ein sehr unfairer Tausch, aber... Ich brauche diese Handschuhe einfach. Und er braucht den Stab. Den Ring. Sein Ring des Werfens. Rufmus Trigger hat einen Bonus von Schaden zu werfen. Körperlicher Beistand. Jetzt sind wir noch nicht. Für die Rüstung. Die Rüstung könnten wir gebrauchen. Rüstung aktuell ist 11. 12 könnten wir noch verkraften. Einiger Wuchtschaden. Ich weiß nicht wie die denn aussieht, aber die sieht gar nicht so schlecht aus. Würde ich mal behaupten. Erst. Na ja. Den Ring hier. Eine Freie. Das ist gute Rüstung. Können wir einfach kaufen. Den Geld. Na ja. Ahaha. Stapelteile. 86 Juli Sound. 95. Können wir es so machen. Ui, hupsch. Das ist sehr gut. Nehme ich gerne. Ein dringendes Werf. Können wir ihn auch nehmen. Also das ist noch ein Schmuckring. Könnte ich auch für ihn hier benutzen. Nehme ich es für Werf. Egal. Nehmen wir so. Ich glaube wir haben da einen guten, halbwegs guten Deal gemacht. Einstellung von Herrn Blond. Kannst du den Start nehmen. Hui. Ich will noch stark. Der passt schon viel besser. Na dann wollen wir mal. Ja. Das ist so gut, dass es nicht so schlecht ist, wie es könnte es sein können. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Wir haben unsere Leben, unsere Zukunft, auf Menschen, die so gut wie tot sind. Wir müssen auf Boulders Gate, auf einmal. Können wir alle nur einen Moment nehmen, bitte? Was ist der Punkt in Blasen und Spellen, wenn wir sie nicht benutzen? Wir sollten bleiben! Diese Leute sind nicht Kriegler, wir können helfen! Oder schreit louder. Das ist auch gut. Nicht sagen, überzeugen. Ihr solltet alle hier bleiben. Die ganze Kling-Kanon-Unterschied machen. Wir spielen jetzt mit Gale. Die 10 kriegen wir hin. Ja, easy. Bonus. Wir sollten alle hier bleiben. Danke, das ist die richtige Sache zu tun und du es weißt. Sie ist richtig, Roland. Wir sind besser als das. Zergen! Sie hat recht. Wir spielen doch mit Gale oder was? Danke, Roland. Ich meine, kann auch sein, dass Gale hier... Ich will ja nicht hier... Ich will ziemlich nichts. Aber ich mag den Umhang. Der passt sehr gut zum Baden. Zum Baden. Nein, das ist legitim. Wenn... Mich gehen noch nicht gefragt, ob das... irgendwelchen Geschlecht, der sich identifiziert. Müssen wir ihn mal fragen. Ah ja. Dann... Ja. Dann wird er, sie, das vielleicht früh genug nachherzählen. Mit den Tieren sprechen. Tangier. Nichts. Im Grunde von euch. Nein, du hast einen prochaines Haufen. Okay. Töne von euch. Interessant. Wie war es ein Haufen? Out-Ochse. Wie war es? Ich bin ein Haufen. Ich habe das Ouschen mit den Scheiben. Einmal ein guter Kumpel. Einmal ein guter Kumpel. Aber für mich, nur Ouschen, nur das gleiche alte Haar. Und ich kann es nicht sogar essen. Ich kann es erst einmal. Interessante Gespräche mit den Ochsen. Kennt ihr Sachen? Was haben die Tieflinge denn neu gemischt? Eine Nude ist edel, die es nicht können. Und die haben es aber viel. Da erfahren wir Sachen. Manchmal esse ich die Tieflinge. Und sie müssen sie auf der anderen Seite suchen. Da sollten wir mal nachbauen. Oha, ein Beutel. Wir nehmen das dann mal. Ich hoffe, das fällt ich keinem auf. Ich möchte das hier fressen. Ach, hart. Und ein bisschen Geld. Nett. Hungrige Ochse. Die haben halt einfach die Ochsen selbst vertont. Es ist so geil ist dieses Spiel. Selbst für die Ochsen gibt es Dialoge. Es ist halt einfach... Natürlich nicht auf Deutsch, natürlich auf Englisch. Das wird man den nicht übernehmen, oder? Ein Kampfplatz. Ich geh mal hier entlang. Das ist los, dann können wir den gleich mitnehmen. Haben wir noch nicht genügend. Oh, ausgemacht. Lass mal an hier. Nö, die brauchen wir. Da können wir nichts. Die können wir schlafen. Lass noch mal liegen. Weil es noch nicht anzuklauen hier. Wenn wir die Wächter aufstehen. Wir haben genug Griefe, diesen 10-Jährigen-Traveler. Nicht die Cause von mehr. Schau mal an die Kiste. Eine Trommel. Lass sie nehmen. Mit zweites Instrument. Mit zweites Instrument. Mit zweites Instrument. Wir können hier auf dem Holmwasser... Ein bisschen wechseln. Auftreten. Warnkanz aufführen, die Macht aufführen, einmal getrommelt, unterhalten hier mal ein paar Leute, einmal könnten wir vielleicht ablenken später, das könnte hilfreich sein, dann merken wir uns mal, muss sie verbrennen, äh, was, ich mach die Flute lieber, ah, sie hat Geld zugeworfen bekommen, ich bitt mich natürlich, können wir uns irgendwo hinstellen, wo noch mehr Leute stehen, in der drüben vielleicht, hier mal ein bisschen Musik spielen, Schlachten von einst, auftreten erfolgreich, oh ja, hier haben wir ja ein Publikum, da kommen noch mehr, nicht schlecht, jetzt machen wir wirklich den Baden, so wie es sein muss, ein bisschen noch ein Zusatz, ein paar Tieflinge unterhalten, kann man damit aufhören, eine kleine Spende, für die schöne, juhu, gerne in den Kopf getroffen, ähm, ich gehe mal, das geht mit, ist nicht viel, aber, ich werde es da mal weggehen, das ist mein Geld, oh, ist eine Ratte, ich werde es gerade nicht reden, gerade nicht, ich werde es mit gehen, lass mal hier rüber, und es geht jetzt aufgucken, oder was, verraten, Apfel, Apfel werden mich hier nicht für stiehen, erwischt und verhaftet, Kartoffeln, wir brauchen Nahrung für die nächste Rast, okay, das hatten wir schon, das richtige Tieflinge brauchen Hilfe, und das so ähnlich geht, allein, wir brauchen noch warten, und was über uns, es gibt jede Chance, dass wir uns selbst, um diese Menschen zu helfen, wir werden uns aufhören, um ein paar Goblinsbläde, alles, weil Lea, aufhören, jeden Wohndenfall, die wir sehen, unsere beste Chance, zu machen, die Boulders Gate, ist auf unserer eigenen, dieses Platz ist verloren, ich finde, es sollten das Opfer lassen, nach Boulders Gate gehen, aber gemeinsam und nicht getrennt, Ah, ja, Pännchen Efel, so mit der mal reden, Ich nehme dich, mir geht es gut, wirklich, ich möchte nur handeln, ich habe Sorgen lassen, und seid ihr eine Alchemistin, Sorry, Love, ich werde nur die Runde, von mir selbst, manchmal, ich muss sagen, aber, du siehst, wunderschön, Peeky, wie in Skyrim, das ist, ich sehe kränklich aus, ich wusste es, Oh, stopp, sogar auf einem guten Tag, halb des Camps, es ist, wie ein paar schrämmende Bratschen, ich bin, die alle auf der Rückseite, und sage ihnen, zu kissen und zu machen, nicht, dass sie ein kleines altes mich hörten, Anyway, braucht ihr nichts, ich habe ein paar Worte und Enden, für Verzahlen, was sagt er ein tolles, ein weiterer Stab, für 130, vielleicht flexibel Stab, wurde von Elfen gemacht, denn Siege aus Mitrie, können meine Regierung, verursachen, nicht schlecht, Trank der Unsichtbarkeit, Oha, wenn unsichtbarer Zustand endet, vorzeitig, wenn du angreifst, oder einen Zauber gelöst, können wir gebrauchen, sieht auch ein bisschen Gold dabei, ich bin nicht mehr so viel, Trank der Unsichtbarkeit, ist schon, den könnten wir gebrauchen, ist schon hilfreich, Was können wir den eintauschen, 85, ich hoffe, weil er wieder mit ihm, wollen wir noch nicht, ne, wollen wir nicht, 10, dringes Elfwert, die Bücher könnten wir verkaufen, könnten die gestohlene Ware loswerden, Blutstellen will ich noch behalten, vielleicht kann das noch was wert sein, Unbeanspruchte Frug des Vampirs, können wir uns nager schicken, die Bücher, schlichte Ruhe, Widerrüstung, wir sollen einfach ein Damskümer loswerden, ein Gift, das ihn nutzen werde, schlichte Ruhe, wenn wir ihn nicht brauchen, Joa, ich bin schon behalten, noch nicht nochmal, Tinkenfass, werden wir bestimmt nicht mehr brauchen, Lederrüstung, Lederrüstung, Oha, ne, ne, das wollen wir nicht, 85, 85 können wir eins zu eins tauschen, sehr schön, den brauchen wir, den kann er mal kriegen, er kriegt unbedingt getrankte Unsichtbarkeit, könnte wichtig werden für ihn, könnte wichtig werden für ihn, er ist noch viel gleicher, und plässlich sieht der Vampir aus, Mh mh, Mh mh, ein Trank trinken, das kostet doch bestimmt was, oder nicht, das kostet doch bestimmt was, hier, hier, du hast den Ende des Bates, nur in der Fall, ich bin sorry, zu gehen, aber, bist du okay, du sichtst riesig, und schau, Ich habe es alles gesehen. Ich hatte mal einen Mann, der mit einem Dread zu schlafen war. Die Frau war nicht so glücklich und er hat ihn in ein Stück zu kaltes Öl. Aber keine Angst, ich habe ihn aufgelistet und aufgrund der Lichter sieht er gut als Neue. Mein Punkt ist, was du niemals liebst, ich habe es besser gesehen. Etwas, das über diesen Punkt nicht anzunehmen. Was ist es, Petal? Was ist falsch? Wie kann sie da was sagen? Wie kann sie da was haben? Ich glaube nicht, dass die uns helfen kann, aber nicht, dass das überhaupt jemand kann. Ich habe noch kein Zeichen eines Tentacles, aber das könnte in einem Moment ändern. Du brauchst Hilfe. Serious Hilfe. Ich habe nie eine Lotion, eine Lotion hier, die es tun könnte, aber... Ja, sie können etwas zu Hause haben. Eine Zeit könnte knappe Messen sein, ich kann kein Hausbesuch leisten. Das fehlt jetzt nicht wenig. Sagen wir mal. Das werden wir tun. Das sollten wir mal machen. Ich bestätige Hoffnung. Ich bezweifle es bei der Quark selber runter, aber... Was ist das für uns? Das ist das für uns. Das ist das für uns. Nein, das brauchen wir noch nicht. Das brauchen wir noch nicht. Wir können mal hier hoch. Oh, wen haben wir denn hier? Mit dir? Mit ihr Benetreus. Mit dem Können. Mit dem Können. So etwas weiteres. Mit dem Können. Mit dem Können. Mit dem Können. Mit dem Können. Ihr habt euch nur für die Truppe eingesetzt, das respektiere ich. Könnte ein bisschen freundlicher sein. Es ist ein Drüid! Alson, er ist ein Leider in diesen Teil. Oder war. Wir haben ein Kontrakt, um ein Relic zu schrauben. Und er wollte ihn auf der Arbeit. Die Augen aufbauen, wenn er das gehört. Aber es funktioniert nicht. Die Goblin ist weg, wenn wir die Hände. Er ist aus der Diggen-Latrinen, die in eine Kuck-Pot sind. Was ist das, wenn du eine Deathwish hast? Da ist ein Wizard in Baldur's Gate, der für ein Relikt verwendet wird. Aber Gold ist nicht gut, wenn du es zu kalt hast. Wenn ich das wusste, würde ich hier nicht zurückkommen, mit der Krupp-Krug. Aber wenn du dich möchtest, um Kellenvor zu treffen, dann werde ich dich nicht. Es ist die Nachtsong. Es sollte sich unter dem Semmel geblieben sein, wo die Goblins jubelt. Ich gebe dir die Mappe und wünsche dir ein glücklicher Führer. Aber mein Freund Brian hat ihm das geblieben. Ich weiß nicht. Es könnte aber hier in Baldur's Gate das erste Mal sein, dass ich in den Questzimmer mache. Nicht bedanke mich. Ich werde gut auf meinem Weg nach Baldur's Gate, wenn du sterben. Wir lesen können. Äh, Taverne Elfen zusammen. Ich habe da gerade gelesen. Ja, gerade nicht. Hier sollten wir lieber nicht klauen. Was passiert denn hier? Was passiert denn hier? Ich werde hier fangen auf bis zum Eltarell. Schnell. Ich habe viel gelernt in meinem Zeitpunkt in den Hellen. Ich hoffe, dass ich die meisten davon vergessen habe. Aber zwischen dir und mir gibt es nichts in all den Regeln wie der wirkliche Kraft der Infernal-Machinerie. Nur, meine Offenbarungen sind diese Tage viel mehr glücklich. Deutlich weniger Geld. Oh, die ist 81 wert. Die haben wir teuer gekauft. Oh Gott. Das Schild. Sicherheitsschild. Das könnte Schattenherz gebrochen. Ein Rapier. Okay. Oder Rapier. Das könnte eine Waffe für uns sein. Dann bin ich aber gleich wieder pleite. Schwere Armbrust. Ungewöhnlich. Das ist jetzt die Krumm-Serie, die ich mit mir herumführe. 3 bis 11 Schaden. 3 bis 8 Schaden. Okay. Das ist auf jeden Fall gut. Streitkölben. Ich brauche den Rapier. Ich brauche den Rapier. Ich hoffe, dass ich schmieren. Das sollten wir uns irgendwie noch aufbewahren. Mal gucken. Haben wir noch irgendwas zu verkaufen? In jeder Wurst um hier und die ist was wert. Das kurzschweil ist auch was wert. Ja, warum ist 3 bis 8 Schaden? Wenn wir jetzt nicht wirklich brauchen, für jemanden. 43. Damit kommen wir den Preis zu nutzen. Müssen wir runterhandeln. Knochenbreitig noch und dann für einen anderen Hund. So 51, 110, ok, da brauchen wir. Ich kann nicht rechnen, B90, da war es der andere Stapel, oh Gott, 51 zu 100, 50 haben wir hier schon mal, brauchen wir noch einen dazu, 59. Sehr schön, da sind wir gleich blank, müssen auch noch ein bisschen Musik spielen hier. Ich glaube, keine schlechte Waffe, ja, für den Baden. Okay, ich sehe aber gerade auf dem Timer, das haben wir an dieser Stelle, ich überziehe das, aber ich warte mal, so 1, 10, 1, 15 Parts, ja, wird man Zeit, dass hier den Part beende, nachdem ich mir hier ein Leer gekauft habe. Ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part, bei Baldos Gate 3, ja, bis dann und ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020